Ich bin Sari Yvonne und heute gibt's ein Hotel-Tipp aus Hamburg. Das Reddison Blue Hotel befindet sich im Herzen von Hamburg und ist nur wenige Gehmini und der Haltestelle Dampthor, aber auch dem Kongresscenter in Hamburg entfernt. Das hoteleigene Frühstück bietet auch eine umfangreiche Auswahl und ich kann euch das nur empfehlen, mit dazu zu buchen. Das Hotel verfügt über 556 Zimmer, Suiten und Appartements, die alle modern und elegant eingerichtet sind. Schaut euch mal bitte die Aussicht an. Macht gerne das bloß weg für weitere Tipps.